Wir fliegen der Helm. Ja, sieht sehr cool aus, ich weiß. So. Okay, und hier können wir jetzt weiterrufen. Bloß nicht runterfallen. Das wäre schlecht. So. Und diese Dinger klappen um, wenn man drauf springt. Okay. Oh. Genau, ich habe noch vergessen, euch was zu zeigen. Man kann nämlich hier an die Türen klopfen. Und die Büger geben uns dann Geldstücke. Schade, jetzt wird noch eins mehr. Oh. Oh. Müssen die hier überall auf uns schießen? Wir haben denen noch gar nichts getan, oder? Jedenfalls noch nicht. So. Oh. Oh, Spinnen. Ich hasse Spinnen. Oh, schon wieder so. Ich weiß, die lauern aber auch jetzt irgendwie gerade überall, oder? Langsam nerven die mich schon. Ach, jetzt kommt das mit den Luftballons. Okay. Okay. Jetzt müssen wir die Luftballons abschießen, aber der rote muss immer bleiben. Dann ergibt das nämlich hinterher so eine Art Brücke und wir kommen da rüber. So. So. Jetzt den da. Okay. Jetzt nur noch den. Jetzt können wir hier rüber springen. Und ich wette, ja, da ist wieder ein Zwerg, der sich mit uns helfen möchte. Oh. 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 So. Achja. Hui. So. Wo kommen wir jetzt hin? Achso, genau. Jetzt müssen wir hier... Ach, das ist lustig. Okay, außer diese, ja, Sprengstoffdinger, die hier auf der Strecke sind. Die sind nicht so wirklich lustig. Oh. Oh. Genau. So was sollte man nämlich nicht tun. Oh. Oh. So was auch nicht. Gut, dass hier immer wieder Leben ist. Oh. Ja. Okay. Hui geschafft. Hallo, Kao. Nach dieser langen Reise musst du ganz schön müde sein. Ich bringe dich in Sicherheit, damit du dich ausruhen kannst. Ach, das ist aber nett von dir. Okay. Fluss abwärts. Ach, wie süß. Er schläft da noch. Kao. Kao. Kao, wach auf. Es ist Zeit. Am Ende des Flusses befindet sich eine Tür, die in die Höhle des bösen Zauberers führt. Sei sehr vorsichtig. Der Fluss ist voll von Fallen und Hindernissen. Wir wünschen dir viel Glück. Oh. Na, vielen Dank. Das wäre ich wohl drauf. So. Okay. Das ist jetzt hier eine Pflanze. Das Gegentier sieht sehr cool. Hats. Oh. Hats. Oh. Oh. Hats. Oh. Okay. Das war's. Oh, hier kann man auch wieder nach außen. Da? Da? Oh. Oh, da bin ich nicht so viel. Jetzt geh ich jetzt aber noch mal eben einsam. So, und weiter geht's. Los ab. Um gegen den Zauberer zu kämpfen, das ist was los. Oh, das ist eine, ja, eine fiese Brücke. Hup, das war jetzt knapp. Au. Ja, was sind denn hier? Die Viecher. Hier, diese Brücken sind alle so aufgebaut. Hau. Ja, ist egal. Wenn du das hier so mit solchen Gästen oder Bienen oder was auch immer aufzuhalten. Okay. Also noch ein Geldstück füllen. Okay. So. Spring auf den Ponton. Neige ihn nach links oder rechts, um ihn zu drehen. Ponton. Ist auch ein cooles Wort. So. Und los geht's. Wow. Sollte ich nur nicht gegen die Minen fahren? Das wäre schlecht. Mist. Ist es explaining die Karte. Roheitsarbeit. Heißt dieses Werkzeuge ist schön. Ist dann eben kein Grund.